Meine lieben, lieben Horror-Hörer, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Watchpad Horror und freue mich natürlich unfassbar sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt und möchte dieses Video gleich damit beginnen, euch nämlich zu sagen, dass endlich die Vlogs rauskommen. Der erste Teil ist bereits draußen, ich würde mich unfassbar freuen, wenn ihr mal reinschaut, es geht um die Neuseeland-Reise, also da sind es auch mehrere Parts und wie gesagt, der erste Teil ist diesen Mittwoch, glaube ich, rausgekommen und es würde mich, wie gesagt, unfassbar sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und vielleicht auch ein Like da lasst, vielleicht auch ein Kommentar da lasst und so und auch natürlich sehr viel Spaß an dem Video habt, das hoffe ich natürlich sehr. Es ist relativ zeitaufwendig und es freut mich immer sehr, solche Sachen mit euch zu teilen, deswegen, also schaut sehr gerne vorbei und ich hoffe natürlich, dass euch das alles so gefällt. Der nächste Vlog kommt dann nächsten Mittwoch und ich hoffe natürlich, euch dort alle begrüßen zu dürfen. Ob das bei euch auch gerade so schön ist? I doubt it! Begrüßen tue ich euch natürlich überall sehr gerne, auch bei mir auf dem Instagram-Profil, da könnt ihr ein bisschen persönliches Stalking betreiben und eure gefundenen Kackgeschichten könnt ihr mir auch gerne auf Wordpad zuschicken. Falls ihr an irgendwelchen Highlights interessiert seid von diesem ganzen Kanal hier, dann schaut auch gerne mal auf TikTok rein und damit würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal in die neue Folge unserer kürzlich erst begonnenen One Direction Fanfiction. Wir als erfahrene, erstens ihr als erfahrene Horrorhörer und mich als erfahrene Horror, also Wordpad-Horror, was bin ich, keine Ahnung, Leserin. Wir sind das jetzt natürlich mittlerweile schon gewohnt, was auch ein bisschen traurig ist, aber ja, auch diese Geschichte ist natürlich absolut unbefreit von Enttäuschungen und wir wollen natürlich alle unbedingt wissen, wie es weitergeht. Letztes Mal hat ja, glaube ich, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen, unser Main-Character hat gesagt oder angekündigt, dass sie jetzt einzieht bei den Jungs und ich glaube genau da geht es jetzt weiter, deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß und mir natürlich auch super viel Spaß und das wird der Hammer. Es wird der Hammer jetzt. Villa. Wir haben dieses Bild in der Kopfzeile von der Villa, nehme ich mal an und es ist so krass, es sind immer die gleichen Häuser, es ist immer genau die gleiche Art und Weise von Villa. Es ist immer so Kasten auf Kasten, Riesenfenster, sodass du auch möglichst alles siehst, was drinnen abgeht und möglichst wenig Privatsphäre hast und irgendwie so einen auch kastigen Pool. Also ich weiß ja nicht, aber das ist so mein, das ist so, wenn ich eine Villa haben könnte, ja, angenommen ich hätte das Geld irgendwann in meinem Leben, dass ich mir eine Villa leisten könnte, dann wäre die, dann würde die zu 100% nicht so aussehen. Ich meine, über Geschmäcker lässt sich auch streiten, ist ja alles gut und schön, aber warum sind es denn immer die gleichen Häuser? Das ist, das ist unfassbar. Dann hat man schon mal das, hat man schon mal das Geld. Dann baut man sich sowas. Okay, egal, wir machen weiter. Punkt Lucy, Punkt. Stimmt, Lucy hieß sie. Ich saß in meinem Apartment und wartete, dass die Jungs mich abholen würden. Sternchen, Klopf, Sternchen, Klopf, Sternchen. Ich sprang auf und nahm mir meinen Koffer. Die Jungs standen vor der Tür. Hey, schrie Liam. Warum schreien die sich an? Er steht ja vor ihr, kann er nicht einfach so normal, kann er wahrscheinlich nicht. Hey, erwiderte ich. Gemeinsam liefen wir zum Auto. Ich setzte mich hinten in die Mitte und beschäftigte mich mit meinem Handy. Hinten Mitte ist der schlimmste Platz im Auto, den du haben kannst. Ich weiß ja nicht, wer von euch alles so, also ich habe in meinem Leben schon ein paar Mal hinten in der Mitte gesessen und das ist nicht geil. Also ich sitze da sehr ungern, ne? Wenn ihr eure Leidensgeschichten mit uns teilen wollt, dann tut das sehr gerne in den Kommentaren. Zayen und Niala. Ach, das habe ich jetzt auch in den Kommentaren gelesen, dass das irgendein Spitzname von ihm sein soll. Aber letztes Mal stand ja auch Liala da. Also das habe ich dann nicht ganz verstanden. Und das ist jetzt, ihr habt leider keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich habe ja selbst immer in allen One Direction Fan Fictions, die ich hier schon gelesen habe, wurde mir jedes Mal erneut in den Kommentaren erklärt, wie man einen von den vier oder fünf Jungs ausspricht. Und Nial oder so war immer der, den ich ja am allerschlimmsten ausgesprochen hatte. Und ich habe eine Interview nach Interview angeschaut und jeder spricht das anders aus. Und er spricht es, glaube ich, selber als so eine Art Nial aus oder so. Deswegen keine Ahnung, wie dieser Spitzname ausgesprochen wird und ich werde es auch gar nicht erst versuchen. Deswegen lest es und denkt es euch. Teufels Emoji. Den Satz verstehe ich nicht so genau. Okay. Jungs! Ausrufzeichen, Ausrufzeichen, Ausrufzeichen. Lässt mir Privatsphäre. Teufels Emoji, weinender Smiley, rief ich auf. Ruft sie dann auch? Teufels Emoji, weinender Emoji? Oder wie funktioniert das? Und was hat das mit dem Kontext zu tun? Ihr Handy, das aufrechte und dann Privatsphäre. Okay, macht Sinn. Ist ja gut. Lach Emoji, Kuss, Mund. Ja, es biegt schon wieder in eine Richtung ab. Das will ich halt schon wieder eigentlich gar nicht, aber egal. Riefen, säen und, wisst ihr Bescheid, gleichzeitig auf. Beide wandten sich ab. Zehn Minuten später fuhren wir auf einer sehr großen Einfahrt. Also nicht in die Einfahrt, sondern auf der Einfahrt. Klingt für mich ein bisschen nach Zeitverschwendung, aber okay. Erst als ich ausstieg, sah ich, dass ist eine Villa war. Genau, weil die Villa, die wir gerade gesehen haben, also diese sehr bescheiden gestaltete und absolut unauffällige Villa mit Palmen im Vorgarten, ist so klein, dass man die erst sieht, wenn man auf der Einfahrt der Villa fährt. Kennen wir alle? Haben wir alle schon erlebt in unserem Leben? Also gerade ich persönlich, die ja sehr großes Interesse an Villen hat, äh, kenne diese Situation. OMG, Fragezeichen, Ausrufezeichen, ihr habt eine Villa? Schrie ich. Ähm, ja, hat nicht jede Boygroup eine Villa? Lachte Harry sarkastisch. Gott sei Dank haben sie das sarkastisch noch angefügt, weil andererseits wäre ich, ja, weiß ich auch nicht. Obwohl ich mir auch da gar nicht mal so sicher wäre. Ich meine, One Direction, die sind doch aus den 2010ern, oder? Also es gab ja schon deutlich, deutlich Bekannte und deutlich viele, deutlich viele, genau, Boygroups vor denen, also auch so 90er, also so Backstreet Boys oder Take That oder so. Weiß ich nicht, ob die alle zusammen in einer Villa gewohnt haben, aber vielleicht haben die das auch gemacht. Ich meine, wer bin ich schon? Ich bin jetzt nicht so im Boygroup-Game drin und so. Ey, vielleicht haben die das ja auch gemacht, also kann ja sein, ne? Wer sich damit auskennt, schreibt mir gerne, ob auch Take That und wer war es noch? Backstreet Boys und wen gab es noch? Irgendwie New Kids on the Block oder weiß ich nicht. Jedenfalls, ob die halt vielleicht auch alle zusammen in einer Villa gewohnt haben. Kann ja sein. Boygroup? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Klammer auf. Lusie, Klammer zu. Ach ja, wir sind eine Boygroup. Punkt, 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 One D. In Klammern Zane. So war das Gespräch auch beendet. Die haben sich ja jetzt schon unfassbar viel zu sagen. Sie zeigten mir mein Zimmer und ließen mich auch gleich alleine. Mein Zimmer war mega groß. Man könnte denken, du bist in eine Villa gezogen. Es hatte ein Himmerbett, einen großen 600 Zoll Fernseher. Wie groß ist denn ein 600 Zoll Fernseher? Sowas gibt es doch gar nicht. Das ist doch eine Kinoleinwand oder bin ich gerade voll falsch in meinem Kopf, was so Maße angeht? Wie viel Zoll hat eine Kinoleinwand? Also sorry an alle, die sich damit auskennen oder die irgendwie so voll krass im Umrechnen sind. Ich kann sowas gar nicht. Dyskalkuli lässt grüßen, aber hier steht zumindest, dass heutige Multiplexe in ihren Sälen Leinwände von 20,6 mal 8,6 Meter oder 15,6 mal 6,6 Meter haben. Wie viele Zoll sind das? Moment. Okay, ich habe jetzt in den Umrechner einfach mal diese 15 Meter eingegeben und das sind 590 Zoll. Also sie hat halt wirklich einfach eine Kinoleinwand da drin. Also ein Kino ist groß. Ich weiß nicht. Schauen wir uns doch noch mal kurz das Bild der Villa an. Das ist ein Riesending, aber ich weiß nicht, ob da eine Kinoleinwand reinpasst. Also vermutlich schon, nur dann halt eben nicht sehr viel anderes noch dazu. Okay, dann hat Lucy jetzt eine Kinoleinwand im Zimmer, einen begehbaren Kleiderschrank, ein Balkon und ein Badezimmer. Sonst im Zimmer stammt noch ein Computer, ein Schreibtisch, ein Schminktisch, ein Stuhl und eine Kommode. Ich legte meine Klamotten in den Schrank und suchte mir ein Outfit aus. Wir haben dieses Bild vom Outfit eingefügt. Denn ging ich ins Badezimmer und duschte. Als ich fertig war, zog ich mich an, Klammer auf Bild, Klammer zu, und föhnte meine Haare und machte mit ein Dutt. Danach kramte ich mir mein Ladekabel aus der Handtasche und schloss mein Handy an. Dann legte ich mich hin und schlief ein. Und wo wären wir denn, wenn nicht in einer One Direction Fanfiction, wenn wir nicht auch noch ganz, ganz viele Herzchen hätten? Gefolgt von mehreren Zungen, die herausgestreckt werden. Weil, warum auch nicht? Neues Kapitel, Zunge, Herzchen, Kuss Emoji. Ja gut, das Kapitel war ja informativ, würde ich sagen. Wir starten mal ins nächste Kapitel. Dieses heißt Eins-Studium-Tag, Herzchen. Also auch wieder Glanzleistung schon erbracht, allein im Titel. Und natürlich hat es auch wieder ein Bild in der Kopfzeile. Und zwar dieses, welches uns noch einen guten Rat mit auf den Weg geben möchte. The hardest part of moving forward is not looking back. Und da ist so ein richtig verwirrender Pfeil noch mit drin, der nicht mal geradeaus zeigt. Ich verstehe das Bild nicht so ganz, jetzt wo ich drüber nachdenke. Aber ja, nehmt es euch mal zu Herzen, I guess. Punkt Lucy, Punkt. Aufstehen flüsterte mir jemand ins Ohr. Alter, wie gruselig ist das denn? Stell dir mal vor, ihr seid so in eurem Zimmer. Ihr seid gerade eingezogen. Und dann flüstert euch jemand ins Ohr. Aufstehen? Ey, ich wäre ausgezogen am nächsten Tag. Scheißegal, 600 Zoll Fernseher oder so. Ich wäre weg. Ich machte meine Augen auf und sah Harry vor mir. Dahinter waren Nihal, Louis und Zane. Klar, sie sind auch alle mitgekommen ins Zimmer von ihr am ersten Tag. Oder nach der ersten Nacht, um ihr Aufstehen zuzuflüstern. Ey, wirklich. Euer Ernst? Sagte ich verschlafen. Ich würde den eine reinhauen. Die Jungs lachten nur. Als unter der Decke hervorkroch, wurde es leise. Was? Ich hörte nur, dass einer der Jungs holy shit flüsterte. Dabei musste ich grinsen. Und ich sah an mir herab und sah, dass ich nur das Hemd von gestern an hatte. Ach ja, schön. Das lieben wir doch. Das lieben wir. Ey, wie obvious, wie obvious willst du es jetzt noch machen? Ach nee. Ach nee. Ach nee. Ich geb's auf an dem Punkt. Ich weiß auch nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt hab. Aber okay. Spielt euer Aufmerksamkeitsgame. Es ist mir so egal. Darf ich mich umzirn? Fragezeichen, Fragezeichen. Ähm, ja, sagten alle vier und, das ist auch wie, wie, sorry, aber wie faul kann man sein, das UND-Zeichen zu benutzen und nicht UND zu schreiben. Und gingen raus. Und diese Szene war mir so unfassbar unangenehm gerade wieder. Das hab ich auch gar nicht kommen sehen. Und auch, stellt euch doch mal, wie, findet man das wirklich toll, dass dann da so vier Boys bei dir im Zimmer stehen und die dann so, die so anstarren und findet man das toll? Ich weiß nicht, mir wäre das so hart unangenehm. Mir wäre das ja überhaupt schon unangenehm, wenn die überhaupt in meinem Raum wären, nach der ersten Nacht, die ich dort verbracht hätte. Und ich glaube auch, dass die vier im Kopf ein bisschen weiter sind, als dass die so sämtliche Hirnaktivität verlieren, nur weil Lucy jetzt gerade aus dem Bett gestiegen ist, ja? Also weiß ich nicht. Ich finde das, also für beide Seiten ist das doch einfach nur absolut unangenehm und unnatürliches Verhalten, meiner Meinung nach. Ich suchte mir ein Outfit aus. Und dann haben wir das Foto von diesem Outfit, was quasi das andere Outfit ist, nur mit was drunter und zog mich an. Da wir Anfang Juni hatten in L.A. war es relativ heiß. Ja, ja, was soll ich jetzt dazu sagen, ne? Ich lief runter und zog mir schwarze Vans an. Die Jungs waren mittlerweile schon fertig und warteten. Ich nahm meine Handtasche und ging an den Jungs vorbei, die warteten. Gemeinsam fuhren wir zum Studium. Und so fing der Schultag schon an. Herzchen, sie schreibt so, ja, wir fuhren zum Studium und dann fing der Schultag an. Kannst du dich bitte entscheiden, wo du jetzt bist? Studierst du oder gehst du zur Schule? Bist du an der Uni oder bist du in der Schule? Aber ey, ey, also wer bin ich schon, das in Frage zu stellen oder das zu verlangen als Leser dieser Story? Das war nun also auch schon das Ende dieser zwei Kapitel, meine Freunde. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ist ja bei solchen Sachen eigentlich grundsätzlich vorausgesetzt, dass das auch der Fall ist. Deswegen hinterfrage ich das jetzt auch gar nicht. Ich bedanke mich jedenfalls bei euch, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, dass euch das alles hier gefallen hat. Und hoffe auch, dass ihr natürlich, wie gesagt, bei den Vlogs vorbeischaut. Es würde mich wirklich unfassbar sehr freuen. Der erste Teil ist, wie gesagt, schon raus. Am nächsten Mittwoch kommt der zweite Teil und es werden auch ein paar mehrere Parts noch kommen. Und ja, schaut gerne rein. Kann man auch super nebenher laufen lassen, glaube ich. Denkt ich, weiß ich nicht, hoffe ich. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr einen wunderbaren dritten Advent hattet. Ist das der dritte Advent? Ist der dritte Advent oder der vierte Advent? Ist Weihnachten vierter Advent? Oder ist Weihnachten nach dem vierten Advent? Dritter Advent oder vierter Advent? Dritter Advent, glaube ich. Also ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Mittwoch zur neuen Vlog-Folge und dann den darauf folgenden Sonntag zu einer neuen Folge Watchpad Horror. Bis dahin, LGME. Ach ja, wir sind eure Boygroup. Wir sind eure Boygroup. So war das Gespräch. Gespräch, meine ich natürlich. Wie kann ich nur? The hardest part of moving forward ist... Jetzt kann ich nicht mal mehr Englisch lesen. Es gibt es nicht, Alter.